Die Unterhaltsreinigung ist in der modernen Arbeitswelt ein essentieller Bestandteil des Facility Managements. Denn es gilt nicht nur rechtliche Vorgaben und Vorschriften einzuhalten, sondern auch Angestellten einen sauberen Arbeitsplatz und Kunden eine saubere Außendarstellung anzubieten. Außerdem trägt ein gezielt angelegtes und eingehaltenes Konzept für die wiederkehrende Reinigung von Immobilienflächen nachhaltig zu deren Werterhalt oder sogar deren Wertsteigerung bei. Im stressigen Berufsalltag fehlt jedoch oft die Zeit, um einen vernünftigen Reinigungsdienstleister zu finden, der genau zu Ihrem Unternehmen passt. Da kommen wir von Cleaning Simple Consulting ins Spiel. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem großen Portfolio an verschiedenen Reinigungsdienstleistern können wir Ihnen eine maßgeschneiderte und zeitsparende Lösung anbieten. Bei einem Erstgespräch ermitteln wir Ihren Bedarf und die aktuelle Situation. Anschließend begehen wir gemeinsam sämtlich zu reinigende Räumlichkeiten, worauf Sie dann eine komplette Raum- und Leistungsübersicht und dazu drei passende Offerten von regionalen Dienstleistern zur Auswahl erhalten. Cleaning Simpler – einfach sauber gemacht! Gehaltige Migration Gehaltige Vielen Dank.